Mach es dir jetzt für die nächsten 10 bis 15 Minuten ganz bequem. Achte darauf, dass du in dieser Zeit nicht gestört wirst. Lege dich bequem hin und schließe deine Augen. Spüre, wie du mit jedem Atemzug, den du tust, tiefer und tiefer entspannen kannst. Stell dir vor, du liegst auf einer wunderschönen Frühlingswiese. Die Sonne scheint dir auf den Bauch und es hat vor kurzem geregnet. Die Luft riecht noch nach feuchtem Gras. Genieße diese klare und frische Luft. Und genieße den Moment, den Moment, nichts tun zu müssen. Als du so in die Ferne siehst, entdeckst du am Horizont einen wunderschönen Regenbogen. Neugierig gehst du auf diesen Regenbogen zu. Und als du näher kommst, merkst du, dass dieser Regenbogen verzaubert ist. Er besitzt Stufen, auf die du nun hinaufklettern kannst. Du nimmst all deinen Mut zusammen und besteigst ganz vorsichtig den Regenbogen. Die ersten Stufen, die du besteigst, sind rot. Danach folgen orange Stufen und dann gelbe. Nun werden die Stufen grün. Und jetzt wird alles türkis. Nun färben sich die Stufen violett. Nun färben sich die Stufen blau. Und ganz oben am Regenbogen ist alles violett. Du bist nun angekommen. Hier oben am Regenbogen ist alles ganz leicht und frei. All deine Aufgaben sind unten auf der Erde geblieben. Hier ist sogar das Atmen leichter. Und die Erde unter dir, die Häuser, die Bäume, die Flüsse sind ganz, ganz, ganz klein und unwichtig. Mach es dir hier auf deinen Regenbogen bequem. Setz dich hin. Genieße die frische Luft. Genieße die Leichtigkeit. Genieße den wunderschönen Ausblick und träume. Genieße die Leichtigkeit. Ganz, ganz die, die röden. Wenn es das, schwarzen dich rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einer Weile merkst du, dass langsam die Sonne am Horizont untergeht. Du weißt, dass du für diesen Moment jetzt den Regenbogen wieder verlassen musst. Und du weißt aber jetzt auch, wo du ihn finden kannst. Und du kannst jederzeit wieder hierher, zurück zu deinem Regenbogen. Zum Abschied, nimm dir noch ein Stück vom Regenbogen. Reiß ein Stück ab. Und bewahre dieses Stück Leichtigkeit in deinem Herzen auf, so dass du auch unten auf der Erde noch dieses Gefühl beibehältst. Und nun, geh wieder langsam die Stufen nach unten. Zuerst die violetten Stufen. Die blauen Stufen. Die türkisen Stufen. Die grünen und die gelben Stufen. Die orangen Stufen. Und ganz zum Schluss, die roten Stufen. Nun, bist du wieder auf der Erde angekommen. Du spürst noch die feuchte Wiese zwischen deinen Zähnen. Du spürst dich wieder fest und stabil am Boden stehen. Und trotzdem ist da eine wunderbare Leichtigkeit, die du geschenkt bekommen hast. Mit diesem Gefühl, komm nun wieder hier auf deinem Platz an. Atme wieder tiefer in deinen Bauch ein und aus. Wirklicherweise schickt dir dein Körper schon Impulse, dass er sich wieder bewegen mag. Geh diesen Impulsen nach. Regel dich, streck dich. Komm wieder hier an. Und genieße deinen Tag.